Ein durchdachtes Lüftungssystem steigert die Qualität im eigenen Zuhause spürbar. Dennoch scheuen viele Hausbesitzer die vermeintlich hohen Kosten und den Aufwand, mit dem die Installation einer komplexen Lüftungsanlage verbunden ist. Das MicroSmart Lüftungssystem besteht aus drei Elementen. Funkventilatoren, Außenluftdurchlässe und die Raumluftsteuerung. Die Ventilatoren sind das Herzstück der funkbasierten Lüftungslösung MicroSmart. Gemeinsam mit den Außenluftdurchlässen versorgen sie Haus und Bewohner kontinuierlich mit Frischluft. Die Installation der Ventilatoren ist überaus einfach, da keine zusätzlichen Lüftungskanäle installiert werden müssen und daher auch keine aufwendigen baulichen Maßnahmen nötig sind. Über funkgesteuerte Ventilatoren wird die verbrauchte Luft abgesaugt und nach außen abgeführt. Der Nutzer kann über die Raumluftsteuerung individuell und flexibel den Volumenstrom der Ventilatoren steuern. Die dichte Bauweise moderner Neubauten macht Frischlufteinlässe unerlässlich. Um eine kontinuierliche Frischluftzufuhr zu gewährleisten, werden Außenluftdurchlässe angebracht, die in Kombination mit den Funkventilatoren für beste Raumluft sorgen. Das Besondere am MicroSmart Lüftungssystem ist die funkbasierte kabellose Kommunikation der Komponenten untereinander. Alle Geräte des MicroSmart Systems werden ganz einfach drahtlos über die Raumluftsteuerung bedient. Somit können Sie sich aufwendiges Kabelverlegen sparen. Die solarzellengestützte Raumluftsteuerung kann darüber hinaus unabhängig von Ihrem Stromnetz betrieben werden und lässt sich so flexibel in den Raum integrieren. Sogar Glasflächen sind zur Anbringung nutzbar. Somit lässt sich das MicroSmart Lüftungssystem mit wenigen Handgriffen einrichten. Wahrscheinlich kennen Sie das. Sie kommen aus dem Urlaub zurück und werden in Ihrem Zuhause von einer Wand aus stickiger Luft empfangen. Mit der intelligenten Urlaubsfunktion des MicroSmart Systems ist damit Schluss. Auf Wunsch wird Ihre Wohnung in regelmäßigen Abständen automatisch gelüftet, um anfallende Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen und ein gesundes und angenehmes Raumklima zu sichern, auch wenn Sie längere Zeit einmal nicht zu Hause sind. Es war noch nie so einfach, ein Haus, eine Wohnung oder ein Büro durchgehend mit Frischluft zu versorgen. Mit MicroSmart ist Lüften ohne großen Installationsaufwand möglich. Einfach, kostengünstig und je nach Bedarf flexibel erweiterbar.